Roomtour, diesmal bin ich im Urban Garden Hostel in Lissabon. Das Hostel ist echt total cool. Ich war hier ja einige Nächte und habe viele Leute kennengelernt. Also das hier ist der Flur, dann gibt es hier eine kleine Außenterrasse, dann ist dort ein großer Innenbereich mit der Rezeption. Hier sind die Bäder, alles Gemeinschaftstoiletten und Duschen und alles, was man braucht. Es gibt auch etwas Kunst, was ich ganz gut finde und es gibt einen Automaten mit ein paar Snacks. Auf der Außenterrasse kann man bis 10 Uhr abends tönen. Es gibt eine Küche, in der man kochen kann und seine Sachen verstauen kann. Also total super. Dann gibt es noch einen weiteren Außenbereich zum Rauchen und das hier ist das Zimmer. Jeder hat so einen kleinen Schrank und das sind die Betten. Ganz hinten rechts ist meins unten gewesen und dann hat man noch diese Aussicht hier von der Terrasse aus. Also total cool. Ich kann das Hostel nur empfehlen und 10 Euro pro Nacht ist ein unschlagbarer Preis.